Wir sind gerade eingezogen. Bezahlen Sie den Baum? Ich weiß nicht genau, was so ein Ast kosten soll. Gute Nachbar! Er ist hier. Ich arbeite noch. Wollen Sie sich babysitter? Schlechte Stimmung. Ich zeig ihm, wie's Leben läuft. Hör auf zu mir. Du mehst Dreck. Komm jetzt. Was für ein Mensch nimmt ein Kind mit zum Pferderennen? Hast du Essensgeld? Ja, Sir. Dann lernst du es auf die harte Tour. Bill Murray. Melissa McCarthy. Haben Sie da etwa Alkohol? Ich erinnere mich nicht mehr. St. Vincent. Ab 8. Januar im Kino.